Ein neuer Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist zweitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.